Hallo Leute, heute gibt es mal wieder einen Sniper Raid of Customs, hat man schon länger nicht mehr, weil ja, die letzten Anläufe da haben nicht so gut geklappt, da war nicht so viel zum Snipen letzten Endes, aber in dem Raid, ja, waren ein paar nette Shots dabei, ordentlich PvP, der ein oder andere Scaf Player und einiges an Loot, aber ich will nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live of Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Sie coden Teile vom Spiel komplett neu, ich denke mal alles, was mit Performance und, ähm, Performance und Netcode und so zu tun hat. Okay, gut, dass ich nicht auf Lighthouse bin. Hoffst du, dass es bald kommt, ja. Das wird schon. Soon. Könnte schon einer sein. Das eher unwahrscheinlich. Ansonsten wäre die BR-Fraktion ja auch die Heule. What? Wieso? Sag nicht wegen Lighthouse. No. Zu hoch? Oh, oh. Scheiße. No. Wusste nicht genau, wie ich schießen muss. No. Ah, ärgerlich. Der zeigt sich auch nicht mehr. Ja, Chat-GPT ist die Lösung. Ah, fuck, ey. Ich hätte ein bisschen tiefer ziehen müssen. Das sind 400 Meter. Ich habe ein, ein Drittel Striche drüber gehalten. War zu hoch. War zu hoch. Scheiße, Mann. Oh, da steht er. Oh, da steht er. Und hier kommt auch unten was angerannt. Ich habe hier unten angesehen. So, auf der Seite von meinem Scope. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay, den kriege ich jetzt da drüben nicht mehr. Das wäre ein schöner Schuss gewesen. Ja, da. Sei doch. Habe hier einen gesehen. GG. Er hat irgendwo noch weißen. Weißen Ulach-Freund. Hat ihn auch der erste Schuss überhaupt nicht interessiert, ne? Da ist er. What? What? Hat er ein scheiß Glück, Mann. Hat er ein scheiß Glück, Mann. Fuck. Schau, Freundchen. Hinten ist einer drüber. Hinten ist einer drüber. Hinten ist einer drüber. Hinten ist einer drüber. Taschen habe ich hier. Let's save hier unten. Scheiße. Weiß nicht, ob es noch zwei sind, aber ich vielleicht eine erlegt habe. Das ist einer drüber. Das ist einer drüber. Das ist einer drüber. Ja, Steve. Vielen Dank für den Follow bekommen. Zweimix noch. Deine Taschen haben wir jetzt aus. Nehmen wir uns. Weiß nicht. Nehmen wir uns. Das ist ein drüber. Okay Okay, okay, okay Der wollte mich von außen holen Ich habe keine Ahnung, ob ich hier einen geholt habe Ich kam mir so, also mir kommt es so vor, als wäre der wieder alleine Der andere gar nicht mehr da Ich muss auf jeden Fall mal Ammo machen Ne, der wollte mir ja von außen Der wusste ich vielleicht, ich bin auf der Treppe, keine Ahnung Der wollte mir von außen geben wahrscheinlich Aber hat mir dann den Rechtspeak überlassen Zum für ihn Zum für mich Ey, der schaut auf die Garage, war aber nice Ja, der dachte nicht, dass ich so knapp hinter der Ecke hock Nehm ich an Kabelwolf, vielen Dank für den Follower, willkommen Ich habe auf jeden Fall zwei gesehen Könnte sein, dass ich einen weggesprayt habe Aber schwer zu sagen Und dann müsste hier einer liegen Oder die Nate hatte ihn irgendwo zufällig Aber der Hat mir den Eindruck gemacht, als wäre er alleine Jetzt hätten sie doch zu zweit gepusht Weil der Scar ist echt das Problem 20er Max, ne Du fängst an zu schießen, die Waffe ist schon leer Das ist so die Sache Da ist halt nichts mit Prefire oder so Das ist ein Problem Na gut Herfreshka Freut mich zu hören Servus Danke für den Follower, willkommen Ich will wissen, wo die Leiche von dem zweiten ist Ah, wie die Ehre Die haben sich hier mit irgendeinem gebattelt Was mit der MDR? Selbe Problem, ne Selbes Problem Na gut Wir werden uns auf die Harte-Tour lernen Ob der Tod ist Auf jeden Fall zwei Ja gut Schauen wir aus, der unten hatte Denke mal, das war das Team mit dem Die sich auch geprügelt haben Also ich habe erst die zwei an der Garage gesniped Ich glaube, die haben sich mit dem Team da Es danach kam direkt Geprügelt Da hockt er jetzt echt irgendwo und Das ist ein Skev Man weiß halt nie, ne Mate ist tot Angewachsen Wäre nicht das erste Mal Nicht, dass er hier draußen hockt Warte da Das wäre eine harte Posi G90 Wow Wow Unglaublich, ey Unglaublich Das derzeitige Meter wird Voll und ganz durchgezogen Ohne Scheiß Ey, wenn er ein bisschen näher dran gewesen wäre Wäre ich tot Ist nett Ist gar ins Gesicht Gut Gut, jetzt kann ich wenigstens auf Nummer Jetzt weiß ich wenigstens, dass der tot ist Wie macht die Ska Okay, nee, das war nicht gut Fuckin' hell Fuckin' hell Moment, hallo Lex Level 12, achso, okay Ich vergebe dir, Freund der Sonne Ich vergebe dir Alter Alter Klippf Hatte einen großen Rucksack Hatte einen großen Rucksack Nee, Gott sei Dank nicht in die Woche Alles gut Ey, krass wie der da aber saß So Jetzt gehen wir in die Garage Dann können wir Looten wir die noch voll Und dann können wir eigentlich raus Ich fand's auch nicht so gut sehbar Ja, der Mann war Level 12, ne Ah, doch, ich hab einen Okay Okay Dann war der Level 12, aber vielleicht gar nicht der zweite Nimm fliehe Nimm fliehe und der Und der Fort Armor Alles klar Meine Fresse Oh, war meiner MK17 Hab ich ihn geholt Oh, Mann Ska-Meta Oh, ja, ist nicht schlecht, ne Meta, weiß ich nicht Aber es ist keine schlechte Waffe Oh, ja, ist nicht schlecht, ne Oh, ja, ist nicht schlecht, ne Da will jemand an meine Kills. Scheiße, wo ist er hin? Wett ins Geff. Ich bin Gaming, vielen Dank für das Follow bekommen. Verdammte Scheffs. Ganz gut, Ben. Wie läuft es bei dir? Servus. Ja, 51 Kilo schon. Let's go. Und wo hat denn der gepiekt? Alter, von hier? What? Wow. Okay, hat er Winkel. Ragnar, den habe ich doch neulich schon mal gekickt, glaube ich. Ach, Ragnar. In der lauten DTMDR mit dem Scope. Ja, ist klar, ist klar. Der Zahnulach war schuld. Ja, er hat ihn verraten. Ich steppe, brav was. Hier legt so gutes Gier und er looted seinen Scabs. Okay, wir haben genug Ammo, das reicht. Was hat er hier noch? Nix, ne? Oh, okay. Level 62. Soll ich ihm die Rüstung abnehmen? Eigentlich, ich scheiße auf die Rüstung. Ich bin hier so gut wie nie. Auf den U-Lach scheißen wir jetzt auch mal. Bin hier voll. Hilft nix. Aber im 80 spielen. Ist klar. Ei, fuck, Mann. Jetzt reicht's aber. Ich bin jetzt weg hier. Es reicht. Hab genug gesehen. Haben wir keine Steps gehört? Er ist geschlichen. Er ist gecreept. Lauf, du bist frei. Raus hier. So, und sorry, wenn ich gerade ein bisschen was überlesen hab. Ja gut, machen wir mal Hallo YouTube im Chat, oder? War doch, wie sagt man, ein brauchbarer Raid im Rahmen. Ganz gute Shots dabei. Mal sehen, ob ich den einen im Fenster einmal getroffen hab. 62, 62, 64, 64, ja, ja. Headshot, Headshot. Das wär sogar der Ragnar. Und, ähm, na klar, dass der wusste, wo ich bin, ne? Der andere hat's angesagt. So. Wundervoll. Ähm, ich schau mal kurz, ob ich hier irgendwie 400 Meter hit. Ja. Ich hab den im Fenster getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich hab einen 400 Meter Hit. Aber leider kein Kill, war kein Headshot. Ich hab ihn aber getroffen. Shit. Na gut, morgen geht's, Marco. To get away, to see you again, see you again, been fighting ways, to get away, to see you again, see you again.